Moin, Spoofy hier. Da bin ich wieder mit dem zweiten Teil, wie angekündigt, zum Thema eMastered.com und in diesem Video vergleiche ich meine gemasterten Versionen mit den eMastered.com Versionen. Die gemasterten Versionen von mir wurden natürlich vorher erstellt, also die hatte ich ohne jetzt gezielt Vergleichmasterings zu machen, sondern die Songs waren schon draußen, die zwei Songs, die ich da verwende und ist sehr interessant, auf jeden Fall, hundertprozentig. Bleib dran, guckst dir an und Daumen hoch und Abo und Kommentar. Ich habe wie versprochen jetzt hier das alles in Cubase reingeladen, die beiden Songs und drei Versionen pro Song. Einmal die ungemasterte Version hier oben in einem schönen Braunton, darunter die blaue Version ist die eMastered Version und hier in grün ist die original gemasterte Version von mir so, wie sie auf Spotify zu hören ist. Ich vergleiche die Dinge meistens so, indem ich einfach die Clips stumm schalte, wie hier jetzt, wenn die so braun sind, und wähle dann beide aus und schalte dann mit einem Tastaturbefehl N, ist das bei mir, zwischen diesen beiden hin und her. Das hat einen riesen Vorteil, ich kann nämlich einfach auch weggucken, kann die Augen zumachen und kann einfach mit einer Taste so lange hin und her switchen, bis ich eigentlich gar nicht mehr weiß, welche Version gerade läuft. Und das hat den riesen Vorteil, dass ich tatsächlich ehrlich eine Entscheidung treffen muss, was mir besser gefällt. Nicht, weil ich weiß, welche Version läuft, sondern weil ich höre, welche Version sich gefühlt besser anhört. Das nur als Tipp am Rande. Und wir fangen jetzt direkt mal an mit der ungemasterten Version. Wir springen einfach rein und schalten dann auf die eMastered Version. Bruder, wenn ich das saftige Moos rieche, werde ich wie Leo DiCaprio zum Wolf of Wallstreet. Bitches Enter, mein Instagram-Profil, keine Klimmzugstange, doch sie wollen sich an mir hochziehen. Also das ist jetzt dasselbe Ergebnis, wie wir vorhin direkt auf der Website hatten. Die eMastered Version wird leiser. Jetzt hört es sich auch an, als ob da eine ganze Portion mehr Bass drin ist im Moment, so auf den Kopfhörern. Das kann auch daran liegen, dass die Mitten relativ weiter runtergedreht werden und dass das dadurch wirkt, dass das Ganze ein bisschen basslastiger ist. Es hat halt so einen Hi-Fi-Sound, bekommt das. Jetzt vergleichen wir mal meinen Master, beziehungsweise ich spiele erst die eMastered Version ab und schalte dann mal auf meine gemastered Version. Das ist die grüne. Also wenn es grün wird, ist meine an. Wenn es blau ist, wie hier, ist die eMastered Version an. Bis zum nächsten Mal. Kann jeder für sich selber entscheiden. Mir gefällt meine tatsächlich besser. Sie ist lauter natürlich einmal, aber sie ist auch im Mittenbereich präsenter und da ist dann nicht auf einmal irgendwie, kommt da ein Loch. Also mich würde das jetzt nicht überzeugen, dass die eMastered Version tatsächlich. Wie gesagt, man hat bei diesem Tool die Möglichkeit noch rumzustellen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, wie weit man das jetzt noch drehen kann, dass es lauter wird oder angepasst werden könnte. Aber jetzt so mit den fertigen Einstellungen haut mich das jetzt erstmal nicht so vom Sessel. Und ich finde auch wichtig, dass man weiß, ich weiß nicht, ob man es hört, aber hier ist gerade ein heftiges Gewitter im Gange, im Hintergrund. Es ist wichtig, dass der Mittenbereich da ist. Also wenn man auf dem Handy hört, sehr viele Leute hören Songs zuerst auf dem Handy und da ist der Mittenbereich halt extrem wichtig, dass der auch da ist. Und ich weiß nicht, ob das jetzt bei dieser eMastered Version so und so tatsächlich funktioniert. Also das ist im Moment so der Stand meiner Wahrnehmung. Wir gehen direkt zu dem zweiten Song tagelang. Da machen wir nochmal ganz kurz das Spiel. Wir springen direkt rein, hören die ungemasterte Version und schalten auf die eMastered Version. Also ein deutlicher Unterschied und es klingt auf jeden Fall, wo man sagt, geil, ist cool, ist auf jeden Fall ein Upgrade und könnte funktionieren und wird mit Sicherheit auch funktionieren beim Release. Jetzt schalten wir mal die eMastered Version um auf meine gemasterte Version, so wie sie auf Spotify released wurde und zu hören ist. Zuerst die eMastered Version und dann, wenn es grün wird, ist das meine Version. Der wird mir wieder zu viel Schafft es einer von uns Und schafft es auch unser Team Will ich fliegen da oben, dann blick ich ins Paradies Sie schreibt mir Nachrichten auf mein iPhone Doch ich weiß nicht, wo sie ist Auf auf Asphalt mit meinen Likes Und in der Gegend ohne Sicht Sag mir, wird die Zeit uns einholen Oder bin ich hier am Tisch Sag mir, soll ich heute vorbeikommen Oder denkst du nur an das? Wir bleiben wach und ich sage Schreibt mir, dass sie nicht warten kann Doch wie Sand tritt ihr die Zeit Ihre Wimpern machen crazy Also offensichtlichste ist natürlich Dass meine Version deutlich lauter ist Auch wieder mehr mitten betont klingt Und Das Also mir gefällt auf jeden Fall Die eMastered Version Ziemlich gut Bis auf halt, dass die Mitten Die auf der einen Seite genau Deswegen weich klingen Weil sie anscheinend abgesenkt wurden Da wo sie ein bisschen anstrengend sind Aber auch natürlich Dann meiner Meinung nach das Problem haben Dass sie Auf bestimmten Abspielgeräten Vielleicht Nicht präsent genug sein Könnten Was man Abhören müsste Die Lautstärke Könnte man jetzt probieren Noch mal mit einem Limiter Anzupassen Also dass man ungefähr Auf dieselbe Lautstärke kommt Und das mache ich jetzt mal hier Hier habe ich auch einen L2 Limiter drauf Und jetzt nehme ich mal einfach Die eMastered Version Die gemastered ist Und mache mit einem Limiter Noch mal eine Gain-Anhebung Und versuche Die Lautheit Die Lautstärke Noch mal extra anzuheben Von dem Song Um ihn An die Lautstärke Ungefähr anzupassen Wie ich sie habe Und dann noch mal Zu vergleichen Das Probieren wir jetzt einfach aus Hier wird mir wieder zu viel Schafft es einer von uns Und schafft es auch unser Team Will ich fliegen da oben Dann blick ich ins Paradies Die schreibt mir Nachrichten Auf mein iPhone Doch ich weiß nicht, wo sie ist Auf auf Asphalt Mit meinen Likes Und in der Gegend ohne Sicht Sag mir, wird die Zeit uns einholen Oder bin ich hier am Tisch? Sag mir, soll ich heute vorbeikommen Oder denkst du nur an das? Wir bleiben wach Und ich sage, schreib mir, dass sie nicht warten kann Doch wie Sand, tritt hier die Zeit Ihre Wimpern machen crazy Und sie lächelt halt den Matemann Und fragt, ob sie bleibt Sie hat ein Kreuz um ihr Herz Trägt die Sneaker und weiß Was ich abdeidig teilen Mitternacht und sie schrei Bist nicht gerne allein Viertel 1 kommt vorbei Also das klingt schon wieder Interessanter auf jeden Fall Also ich muss sagen, dass ich ein bisschen Hin und her gerissen bin, was besser ist Es gibt manchmal Sachen Die gefallen mir Bei der E-Master-Version Die jetzt lauter gemacht wurde Also auf die Lautstärke Ungefähr angepasst wurde Wie mein Master War Oder ist Und Dass da bestimmte Sachen Unter Umständen Besser klingen könnten Es ist sehr schwer Jetzt zu beurteilen Was besser oder schlechter ist Das ist wahrscheinlich dann auch irgendwann Geschmackssache Und man müsste es jetzt auf verschiedenen Anlagen hören Aber es ist auf jeden Fall interessant Und könnte eine gute Option sein Diese E-Master-Version Tatsächlich zu benutzen Um schnell vielleicht Eine Master-Version zu bekommen Aber anscheinend Um auf die Lautstärke zu kommen Dass die nochmal mit einem Extra-Limiter Gepusht werden sollte Das war es bis hierhin Zu dieser E-Master-Geschichte In diesem Sinne Wünsche ich Allen Einen schönen Abend Und Bis zum nächsten Video